Guten Abend, werte Damen und Herren. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, und zwar die von Peter und Inge. Wer das isst, fragt ihr euch? Meine Käsetoasts. Auf die freue ich mich richtig, denn es ist Käse obendrauf. Und dann haben wir noch Schinken, Spiegeleier und geschmiert ist das Brot mit richtig fetter Remoulade. Ist doch das geilste Abendessen, was man sich wünschen kann, oder? Und wie könnte der Abend dann noch besser werden, außer dadurch, dass Captain Scam wieder mal ein neues Flugzeug veröffentlicht? Mittlerweile frage ich mich, was ich da eigentlich noch zu sagen soll, denn das ist ja nun wirklich nichts Neues mehr, dass Captain Scam in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen irgendwelche Flugzeuge veröffentlicht und, naja, damit fragwürdige Geschäftspraktiken abzieht. Aber da das Ding nun draußen ist, dachte ich, gucken wir drauf. Vielleicht besteht hier eine realistische Chance, dass da doch noch was besser geworden ist. Aber das sehen wir jetzt gleich, indem wir runterscrollen und uns mal anschauen, was mit drin ist. Denn wir haben hier die 717-200, das ist Base Package, da kommen also wahrscheinlich noch mehr. Das stelle ich jetzt einfach mal so als dreiste These in den Raum. Und das Teil soll wie in echt auch mit den Rolls-Royce BR-715-Engines ausgestattet sein. Und nee, das ist kein Schreibfehler, die heißen wirklich so. Ich hab am Anfang auch gedacht, die heißen RB-715, wie die RB-211 zum Beispiel. Aber nee, stimmt nicht, dat BR da, dat ist richtig. Fürs Exterior brauchen wir nicht wirklich was zu erwähnen, denn das war bei den anderen Fliegern eigentlich ganz in Ordnung. Was ich jetzt interessant finde, ist das, was sie zu Cockpit und Kevin schreiben. Denn hier steht Classic 717-200 Flight Deck, brand new model built from scratch, including high resolution textures. Und dann kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will, nämlich Essential Functionality Simulated as well as Autopilot, Electrical System, Hydraulic System, Fuel System, Air System, Flight Control System, Engine Start System und Lighting. Ich find's interessant, dass sie solche Sachen wie Lighting hier überhaupt erwähnen, davon mal abgesehen. Aber der eigentliche Punkt ist doch der hier, nämlich Some Systems Linked to Default Systems. Das hatten wir bei den anderen Fliegern auch schon. All diejenigen Leute von euch, die meine Videos zu Captain Scam vorher geguckt haben, denen dürfte eigentlich klar sein, was jetzt kommt. Dieser Flieger hier hat, wenn überhaupt, nur ein ganz paar eigene Systeme und die meisten hat man sich von den Standardfliegern aus dem MSFS zusammengeklaut. Und genauso übrigens, wie das bei den anderen Fliegern der Fall war, haben wir hier in diesem Fall wieder nur eine relativ nicht sagende Auswahl an Bildern. Nämlich zum Beispiel sowas hier, wo man den Flieger dann mal von außen sieht. Oder auch sowas hier, wo man das zugegebenermaßen relativ detailliert simulierte Triebwerk sieht. Die Kante da vorne finde ich jetzt allerdings nicht so schön, das aber nur mal so nebenbei. Und dann natürlich auch Bilder aus dem Cockpit. Drei Stück einer Zahl, die weniger geworden sind, als es vorher waren. Abgesehen davon ist die Bilder aus, weil hier ziemlich klein, ganz unten. Und dann sind das auch noch so Vince-Bilder, auf die man draufklicken muss, um sie zu vergrößern. Und das tun wir jetzt einfach mal. Und was sehen wir da? Genau, Airbus E-Cam. Werden wir nochmal hier gucken, um das Ganze vielleicht etwas deutlicher zu sehen. Da haben wir es. Die Karte ist vom Airbus. Und hier das linke Display mit BFD, genauso wie das rechte auch. In dem Fall hat man sich also nicht unbedingt die Mühe gemacht. Bei dem mittleren Display, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich das nicht ganz so genau. Bei dem da, da hat man anscheinend doch ein bisschen was rein investiert, so wie das aussieht. Auch hier im FMC scheint etwas Arbeit investiert worden zu sein. Denn immerhin steht da jetzt, dass das Ding 717200 ist. Mich hätte es allerdings auch nicht gewundert, wenn das FMC den Flieger als ein A320 Neo identifiziert hätte. Und zum Schluss gucken wir dann natürlich nochmal, was das Ding eigentlich kostet. Also wenn wir jetzt hier mal MSFS wählen, haben wir hier runter gesetzt 18,88 Dollar. Was ist das eigentlich in Euro? Hier 18,88. Haben wir 17,86 Euro. Also das ist jetzt nicht unbedingt besonders viel. Aber wen wundert es. Immerhin darf man für Deliveries noch was drauflegen. 3,88 Dollar ist damit dann also bei ungefähr 22 Dollar. Sind im Endeffekt also ungefähr 21 Euro, die man dann für alles bezahlen darf. Zu den Sounds von dem Ding steht hier übrigens gar nichts drin. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der 767 und dem ganz anderen Quatsch, den die schon für ein MSFS gemacht haben. Die haben einfach Standard-Sounds, also höhen sich richtig kacke an. Beziehungsweise richtig kacke fürs Flugmodell. Denn für die eigentlichen Flieger, für die sie gemacht sind, sind die Sounds gar nicht mal so mies. Die Conclusion davon ist also, dass wir hier mal wieder ein typisch Captain Scam mäßig designtes Flugzeug haben. Das zwar mit tollen Visuals zu überzeugen versucht, unter der Höhle, die das Ganze dann hat. Allerdings nichts weiter als kacke verbirgt. Vielleicht haben sie ein bisschen was gemacht, das lässt sich aus den paar nicht sagenden Bildern, die dabei sind, nicht eindeutig erkennen. Oder ganz genau genommen eigentlich gar nicht. Das kann ich also nicht wirklich beurteilen. Eine Sache, die ich euch sagen kann, ist allerdings, dass sie in diesem Fall zumindest ein Cockpit dabei haben. Denn den Schritt hatten sie ja auch schon mal gemacht. Hier die C-130, denn die hatte nur ein Exterior. Ob man das Ding nun kaufen sollte? Nein, sollte man nicht. Ist genauso wie mit dem ganzen anderen Quatsch. Wenn ihr das Ding hier kauft, dann unterstützt ihr einen Laden, der aktiv darauf abzielt, Neueinsteiger abzufarmen. Hier geht es nicht darum, tiefgreifende Add-ons zu simulieren. Hier geht es nicht einmal darum, Add-ons zu simulieren, die überhaupt irgendeine Art von Standard verfolgen. Hier geht es darum, ein Außenmodell zu bauen, die Standardsysteme reinzupacken, aber nichts weiter, nicht mal Sounds. Und das dann zu verkaufen als, hier, wir sind super toll und die Anfänger können da doch was mit anfangen. In dem Fall solltet ihr dann doch lieber die Standardflugzeuge nehmen, denn selbst die sind mittlerweile besser von den Systemen, als der Quatsch, den Captain's Cam hier fabriziert. Genau wie beim letzten Video zur 767-400, das schicke Ding seht ihr hier übrigens auch nochmal, kann ich euch also nur raten, die Finger von diesem Flieger zu lassen. Und allen anderen Leuten, die sich möglicherweise dafür interessieren sollten, genau dasselbe zu raten. All das, was ihr hier an Geld reinsteckt, ist verschwendet. Und abgesehen davon geht es in die Taschen von Leuten, die sich um Legalität, Copyright und so ein Kram überhaupt nicht scheren. Man brauche sich nur mal an die Thematik mit den Liverys zur 767 zu erinnern. Und da dieser Flieger hier garantiert nicht der letzte gewesen sein wird, den Captain's Cam rausbringt, wird das hier auch garantiert nicht das letzte Video zu der Thematik gewesen sein. Vielleicht werden die in Zukunft mal etwas weniger werden, denn irgendwann ist das Ganze dann auch mal ausgenudelt. Aber in einer Sache könnt ihr euch sicher sein, ich werde da weiter drauf rumhacken. Denn das, was die hier machen, einerseits ihre Preis- und Flugzeugpolitik von den Inhalten bzw. dem, was das kostet, und die Zielpolitik, das heißt, auf wen sie damit abzielen, nämlich Neueinsteiger abzufarmen, das geht überhaupt nicht. Das geht mir gegen den Strich, das sollte euch gegen den Strich grehen und am besten der ganzen Community. Und damit war das genug Gerede für heute Abend. Ich gehe jetzt erstmal meinen Käsetoast beißen. Gute Nacht.